Los, leb! Tor, so bekomme ich Tadde und meine Freundin nie wieder nachgebaut. Hey, so war das nicht gemein. Du bist doch ziemlich... Ja, ich will jetzt nicht cool sagen und hübsch würde Strange Kling, also... Oh, weg hier! Ich weiß genau, dass du mehr kannst, als du zugibst. Gestern kam ich aus der Dusche und du hast mir einfach mein Kleidchen geklaut. Du weißt schon, ein grünes. Ach, du lebst, wusste ich's doch. Dann brauche ich einen Namen. Ich nenne dich Bruder. Aber du siehst doch ein bisschen aus wie Kranz und Trödelmarkt. Bro Kranz. Hey, ich nenne dich Brahms. Meinst du nicht, das ist eher ein Rückschritt? Wir sind zwar Cyborgs, aber wir können wenigstens reden. Ja, genau. Ja, such dir lieber einen Weg, Tadde zurückzuholen. Dann bekommt ihr vielleicht auch, ähm, einen Gute-Nacht-Kurs. So wie mein Freund Brahms hier. Many months later. Ich glaub, du wirst hier nicht glücklich, Puppenjönchen. Hm, Menschen können die Insel zwar nicht verlassen, aber denk doch mal, wie cool es wär, wenn du in einem alten Haus so richtig horrormäßig kreischende Weiber erschrecken könntest. Hm? Was? Du bist ja auch kein Mensch? Na, dann versuchen wir's. Okay, Google? Bring Brahms dorthin, wo er glücklich wird. The Boy wird aus Tube Clash entfernt. Oh, mein Gott. Neck ist er. Ich sollte aufhören, mich emotional auf Leute einzulassen, die mich immer wieder allein lassen. Aber Master, wir sind doch auch noch da. Knapp und sucht weiter nach Tabba. Sayonara. 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 Vielen Dank.